Frau Wohl, die inzwischen 60-40-Jährige, der laut dem Gangster der jüngeren Kollegen überlassen hatte, von 100.000 Zuschauern in einer alten Lage an der Industrie präsentierten, auf den Skorforms über Würfe für das nächste Frühjahr, auch welche, die ganz Kleine. Ich finde, es sind, ihr habt auch heute noch eine ganz gute Figur abgegeben. Spannend. Die Zeiten und Würfe, darum geht es nicht, oder aber auch in der Kunst. Und da natürlich die Frage, sind Sie nicht mehr wohl Interessent?